Auf der Bahn rollt jetzt schon der Ghost Tiger, der Eurofighter, der gleich sein Solo-Flying-Display hier vollführen wird. Ein Solo-Display von der Luftwaffe, der Ghost Tiger. Diese Lackierung ist das Ergebnis einer Ausschreibung in Neuburg an der Donau im Süden Deutschlands. Dort wurde ein Design gesucht, ein Tiger-Design für den Eurofighter und dieser Ghost Tiger mit dieser fluoreszierenden grünlichen Farbe hat also gewonnen und repräsentiert jetzt hier die Bundeswehr, die Luftwaffe im Solo-Flying-Display. Das ist ein spezieller Flugzeug aus Donau in Tiger-Meet-Markungen. NATO-Squadrons mit einem Tiger als der Batsch haben jedes Jahr ein Fleisch. Und dieser war als Ghost Tiger. Es ist ein bisschen wie ein Tiger durch Nacht-Vision-Optik. Es ist grün und schwarze. Und es macht eine großartige Solo-Display. Ja, suchen Sie einen schönen Platz. Halten sich die Ohren zu oder packen Sie Ihre Ohrenstöpsel jetzt aus und genießen Sie die Show. Es macht keinen Sinn gleich zu kommentieren während der Show. Wir werden schöne Begleitmusik einspielen und genießen Sie von der deutschen Luftwaffe den Eurofighter Typhoon. Der Pilot ist über 156,000hp. Es gibt keinen Punkt in uns zu kommentieren. Es ist einfach nur weil Sie werden können uns nicht hören können. Wir bringen Ihnen die Eurofighter Typhoon. und verletzten Sie eine sehr gute Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, was für eine Vorführung, fantastisches Display hier von der deutschen Luftwaffe, von der Bundeswehr, von dem Ghost Tiger.